Maranatha, der herkommt, eine Andacht von Ellen White, 7. Juni Die Rolle des Spiritismus in der Täuschung Ihr Lieben glaubt nicht einem jüden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. 1. Johannes 4, Vers 1 Viele werden überlistet, weil sie glauben, der Spiritismus sei bloß eine menschliche Betrügerei. Wenn sie dann Manifestationen gegenübergestellt werden, die sie nicht anders als übernatürlich bezeichnen können, werden sie betrogen. Sie werden dahin gebracht, sie als große Kraft Gottes anzunehmen. Während die Lehren des Spiritismus von den Kirchen akzeptiert werden, wird die Zurückhaltung, die bisher dem unbekehrten Herzen auferlegt gewesen ist, beseitigt und das Bekenntnis zur Religion wird zum Deckmantel werden, um die Niedrigsten. Ungerechtigkeiten zu verbergen. Der Glaube an spiritistische Manifestationen öffnet verführerischen Geistern und Teufelslehren die Tür und so wird der Einfluss böser Engel in den Kirchen zu spüren sein. Die populäre und übliche Art und Weise, als Pfarrer zu amtieren, kann dem Spiritismus nicht wirkungsvoll widerstehen. Die Pfarrer haben nichts, mit dem sie ihre Herden vor diesem schlimmen Einfluss abschirmen könnten. Ein Großteil der traurigen Folgen des Spiritismus ist den heutigen Geistlichen anzulasten, denn sie haben die Wahrheit mit Füßen getreten und an ihrer Stelle Fabeln vorgezogen. Satan hat sich schon lange auf seinen letzten Versuch vorbereitet, die Welt zu betrügen. Die Grundlage seiner Arbeit wurde schon im Garten Eden gelegt, als er Eva versicherte, Keineswegs werdet ihr sterben. An dem Tage, der ihr davon ist, werden eure Augen aufgetan werden und ihr werdet sein wie Gott, erkennend Gutes und Böses. 1. Mose Kapitel 3 Vers 3 Schritt für Schritt hat er den Weg für sein Meisterstück an Verführung, die Entwicklung des Spiritismus geebnet. Doch hat er seine Pläne nicht völlig ausgeführt. Doch wird es in der allerletzten Zeit geschehen? Der Prophet sagt, Ich sah aus dem Rachen des Drachen und aus dem Rachen des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister kommen gleich Fröschen. Es sind Geister von Teufeln, die tun Zeichen und gehen aus, zu den Königen der Welten sie zu versammeln, zum Kampf am großen Tag Gottes des Allmächtigen. Offenbarung Kapitel 16 Vers 13 und 14 Abgesehen von denen, die durch Gottes Macht bewahrt und gehalten werden, wird die ganze Welt diesen Betrug in die Arme getrieben werden. Die Leute lassen sich schnell in eine verhängnisvolle Sicherheit einlullen, aus der sie erst durch die Ausgießung des göttlichen Zornes aufgeschreckt werden. Maranatha, der Herr kommt. Vielen Dank. Vielen Dank.